...lässt und super Raumgewinn vom Running Back der Lions. Muss man ganz klar anerkennen. Also erster und zehn an der 15, der Pass auf die linke Seite für Christian Bollmann. Und da ist der Touchdown für die Lions, die ersten Punkte in dieser Partie. Die Frage ist ja nicht, ob Braunschweig gewinnt, sondern wie hoch. Lassen wir uns mal überraschen. Also kann man mal gucken, was die Lions in dieser Saison bisher produzieren. Die Offense 40,7 Punkte pro Spiel. Die Adler gerade mal 10,8 und kassieren im Gegenzug aber 45,5 Punkte.